Nach all dem Gewese, das wir um die Berechnung und die Interpretation der multiplen Regression, der polynomialen Regression und auch ihrer Kennwerte gemacht haben, kümmern wir uns jetzt, also hinterher, um etwas, das wir eigentlich vorher hätten machen müssen, nämlich um die Voraussetzung. Voraussetzung, das ist etwas, das mit nahezu jedem statistischen Verfahren verknüpft ist, sei es die Berechnung eines Mittelwertes oder einer Korrelation oder eben der Regression. Denn eine Regression, die darf man nicht immer berechnen, sondern sie verlangt das Vorhandensein ganz bestimmter Vorbedingungen, an die dann die Berechnung der multiplen Regression oder auch der polynomialen Regression geknüpft ist. Und diese Voraussetzung, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Es gibt zwei Arten von Voraussetzungen bei jedem statistischen Verfahren. Das sind zum einen die mathematischen Voraussetzungen und zum anderen die statistischen Voraussetzungen. Die mathematischen Voraussetzungen, das sind in aller Regel sehr viel einfachere als die statistischen Voraussetzungen und deswegen fangen wir damit auch an. Mathematisch nämlich ist eine multiple Regression oder auch eine polynomiale Regression, die ja nichts anderes ist als eine multiple Regression, praktisch immer zu rechnen. Nur in Ausnahmefällen schlägt die Berechnung der multiplen Regression mathematisch fehl. Denn irgendwann im Verlauf der Berechnung einer multiplen Regression mussten wir ja die Prädiktor-Interkorrelationsmatrix invertieren, beziehungsweise ein Gleichungssystem lösen. Und das kann in bestimmten Fällen dazu kommen, dass die Lösung dieses Gleichungssystems oder die Invertierung der Prädiktor-Interkorrelationsmatrix mathematisch einfach nicht möglich sind. Dass Gleichungssysteme mathematisch teilweise nicht zu lösen sind, das haben wir schon gesehen. Und genau dasselbe kann eben auch bei der multiplen Regression passieren. Die Regression kann dann ganz einfach mathematisch nicht berechnet werden. Wir kommen gar nicht erst zu unseren Beta- oder B-Gewichten. Dann ist alles klar. Es geht nicht. Wenn die mathematische Berechnung allerdings funktioniert hat, dann müssen wir uns mit den statistischen Voraussetzungen beschäftigen. Statistisch nämlich sollten eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Damit zum Beispiel die Kennwerte, aber auch bestimmte inferenzstatistische Verfahren, die wir hier noch nicht betrachtet haben. Dazu gehört beispielsweise der statistische Test der Beta-Gewichte, überhaupt anwendbar sind. Unser R und unser R², also der multiple Korrelations- und der multiple Determinationskoeffizient, die fußen in ihrer Anwendung auf dem Vorhandensein bestimmter Voraussetzungen, die an die Daten geknüpft sind, auf deren Basis wir dann die multiple oder polynomiale Regression berechnen. Und hier geht es vor allem um die empirische Aussagekraft einer Regressionsgleichung. Mathematisch geht das immer. Das haben wir gerade gesagt. Was das aber dann am Ende bedeutet, was die Beta- und die B-Gewichte uns sagen, ob wir mit R und R² tatsächlich die Güte einer multiplen Regression überhaupt bewerten können, das ist eben an unsere Voraussetzungen geknüpft. Die allererste Voraussetzung, das haben wir jetzt schon bei ganz vielen statistischen Kennwerten gesehen und das ist auch bei der multiplen Regression nicht anders, das ist eine Voraussetzung an das Skalenniveau. Die Prädiktoren in einer multiplen Regression, die können entweder intervallskaliert, aber auch dichotom sein. Es gibt immer mal wieder Empfehlungen darüber, dass in einer multiplen Regressionsgleichung nicht zu viele der Prädiktoren dichotom sein sollen. Statistische Gründe dafür allerdings sind eher schwer zu finden und in aller Regel funktioniert eine multiple Regression mit dichotomen Prädiktoren sehr, sehr gut. Das Kriterium allerdings muss intervallskaliert sein. Dichotom reicht hier nicht. Wir brauchen unbedingt ein intervallskaliertes Kriterium. Zudem sollte die Skala, auf der das Kriterium gemessen worden ist, unbeschränkt sein. Sie sollte also keine untere und keine obere Schranke haben. Wir bezeichnen das auch als Ungebundenheit.